So meine Lieben, ganz kurz nur, ganz kurz nur, einer meiner Headline-Outen fragte mich aufgrund meines EuGH-Videos, dass er gerne auf diesen Seiten hier, und zwar auf Dragon Ball Tube, auf Naruto Tube, auf Fairy Tail Tube und auf Pokemon Tube sich Animes anguckt und ob diese Animes legal sind, weil der Betreiber anscheinend behauptet, er habe die Lizenz dafür. Mein lieber Headline-Out, das ist alles totaler Quatsch. Der hat da die Lizenz nicht für. Diese Seiten sind komplett alle illegal. Dragon Ball Tube ist illegal und hat auf Facebook sogar 71.000 Follower, obwohl die Seite illegal ist. Ja, sich dort die Anime-Filme zu streamen, ist nicht legal in Europa. Darunter fällt dieses EuGH-Urteil, was ich euch gemacht habe. Ja, Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail und Pokemon sind alles dieselben Seiten, seht ihr ja. Das ist komplett illegal. Ich zeige euch jetzt mal, wo, ich habe hier ja ein Impressum, weil sie sagt, hey, da wird ja ein Impressum angegeben. Ja, wird tatsächlich ein Impressum angegeben, nämlich Willem Höfl in Landgraf im Beuteweg 30. Jetzt zeige ich euch mal den Beuteweg 30. Das hier ist der Beuteweg 30. Dieses Haus hier. Und in diesem Haus wohlt kein Willem Höfl. Ja, da wohnt kein Willem Höfl. Vier Webseiten sollen von diesem Haus aus, es ist Quatsch, es ist eine Fake-Adresse. Es ist zwar eine echte Adresse, die Adresse gibt es, aber da wohnt kein Höfl. Und es ist auch keine Telefonnummer angegeben. Ja, ihr könnt also hier im Impressum auch niemanden anrufen. Ja. Und das Witzige ist ja, das unrechtmäßige Kopieren von Inhalten verstößt gegen das Copyright und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Es ist der volle Hammer. Jede Kopie oder Viervielfälligung muss erfragt werden. Das ist der Hammer. An Urheberschutz, das Angebot und alle ihm enthalten Texte, Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Das kann alles nicht wahr sein. Die Seite ist sowas von illegal. Illegaler geht es gar nicht. So, woher weiß ich das? Ganz einfach. Die haben alle den gleichen Betreiber, nämlich diesen Wilhelm Höfl in Landgraf. Und alle Webseiten sind über eine private Domainadresse. Also die sind verschleiert. Da kommt man also nicht hin. Und zusätzlich noch, wo habe ich es denn jetzt? Über Cloudflare-Server geschützt. Also es ist nicht nur, dass die IP verschleiert ist, sondern dass auch noch der Surfer über Cloudflare geschützt wird. Da kommt man also nicht so einfach hin. Die IP-Nummer, die da vergeben wurde, die sitzen wohl in Frankreich, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier. Und die haben wohl auch einen eigenen IP. Hier diese IP-Nummer, die ist wohl in Frankreich registriert. Na ja, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall jeder, der sich dort Videos streamt oder runterlädt, macht sich strafbar. Diese Webseiten sind allesamt illegal. Komplett. Mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Wenn ihr das streamt, guckt euch mein EuGH-Video an, wie ihr weiter streamen könnt, ohne erwischt zu werden. So einfach ist das. Danke fürs Gespräch und tschüss.